Jack Unterweger war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, der hat bei Frauen eine unheimliche Faszination ausgelöst. Es war immer the bad boy. Jack hat mir teilweise vermittelt, ich wäre seine Prinzessin. Ich habe ihn seinerzeit schon als gemeinggefährlich bezeichnet. Er hat durchgängig prostituiert und umgebracht. Es gab elf Mordfälle in drei verschiedenen Länder. Wir wussten nicht, wo er war. Er war einfach weg und wir waren die Blamierten. Casanova oder Killer? Die zwei Gesichter des Jack Unterweger. Jetzt streamen auf TVNOW.